Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Düsseltal. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 250 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 4.800 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017